Ladies and Gentlemen, mein heutiger Gast ist eine super spannende Persönlichkeit und bringt ein sehr weit gefächertes Portfolio mit. Thomas Mandel, Fotograf, Creative, Social Activist, TEDx Talk Speaker, Gründer vom One World Flag Project, Arztdirector bei 1C1Y, einer Social High End Fashion Brand, Supporter der gemeinnützigen Organisation Art Helps und aktuelle Mitarbeiter im Panama Studios Store, sitzt heute neben mir in dieser Folge und ich habe das Privileg gemeinsam mit euch in sein Leben mit einzutauchen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Name ist Son, herzlich willkommen bei The Art of Being Human. Ganz kurz an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Panama Studios München für die Bereitstellung dieser atemberaubenden Location, es sieht super schön aus. Wir sitzen hier heute eben in diesem Store und Panama Studios ist ein Ausstatter für ästhetische, innovative, technische Fahrradbekleidung aus Kopenhagen, Dänemark und gerne mal auschecken. Ich werde die Infos verlinken und ihr könnt dann gerne mit draufklicken. Aber zurück zu dir, Thomas. Schön, dich hier zu haben. Schön, da zu sein. Ja, vielen Dank. Meine Stimme ist noch eingerostet. Alles gut. Ich komme rein. Wir werden auf jeden Fall warm. Sehr gut. Bevor wir loslegen, ein paar Worte noch, ein paar Sätze von mir zu dir. Wir kennen uns jetzt schon eine ganz Weile und obwohl wir in München damals, ich habe ja hier ein paar Jahre gelebt, wir doch sehr busy lives, glaube ich, geführt haben, haben wir es trotzdem geschafft, glaube ich, immer wieder uns für ein Catch-up zu verabreden, Kaffee, guten Kaffee zu trinken, die verschiedenen Spaces hier abzuchecken und genau, Gespräche zu führen, die nicht oberflächlich waren, sondern ich glaube, die extrem tief gingen, die inspirierend waren und ich muss sagen, ich höre dir bis heute sehr, sehr gerne zu und nicht nur gerne, sondern wirklich mit Faszination, weil ich es liebe, dir bei deinen Träumen, deinen Ideen, bei all deinen Ventures, ja, einfach zuzuhören, dabei zu sein, das irgendwie mitzuerleben und das hat mich immer wieder zutiefst inspiriert. Ich bin wirklich bewegt, wenn du davon sprichst und ich verfolge das wirklich mit sehr, sehr viel Neugier und deswegen, glaube ich, freue ich mich umso mehr, heute in diesem Format mit dir ein Gespräch zu führen, was eine Art von Weiterführung sein will von dem, was wir so oder so, glaube ich, schon aufgebaut haben und ja, also Thomas, danke für deine Freundschaft, danke für deine Ehrlichkeit bisher und danke für dieses Gespräch. Ja, danke dir. Ich kann es auch nur zurückgeben, also auch, ich höre dir immer super gerne zu und deswegen freue ich mich jetzt auf die Zeit, die wir haben und ich bin vor allem gespannt, was du so für Fragen mitgebracht hast und warum ich hier überhaupt sitzen darf und meinen Senf dazugeben darf. Es gibt einen Grund, es gibt einen Grund. Also vielen Dank dir auch für die Anladung. Voll, voll gerne, voll gerne. Die Ehre ist meinerseits, sagt man ja so schön. Okay, ich denke, wir fangen ganz gemächlich an und zwar, magst du in deinen eigenen Worten ein wenig erzählen, erklären und darstellen, wie deine Geschichte begonnen hat? Wer ist Thomas Mandel? Wie beginnt seine Story? Also Thomas Mandel ist in München geboren. Ich spreche jetzt von der dritten Person. Ja, genau. Nicht ich, der Freund von mir. Und ziemlich gut behütet aufgewachsen hier in München. Ich bin sogar Münchner Kindl, es gibt ja nicht so viele hier in München. A unicorn, ne? A unicorn, ja. Und ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar, was für eine krasse Kindheit ich erleben durfte. Also auch vielleicht nicht die üppigste Kindheit, so. Ich habe mir zum Beispiel mal ein Schlagzeug gewünscht, aber ging nie so. Aber meine Eltern haben alles möglich gemacht, was ging. Und ich glaube, das Coole ist auch, dass meine Eltern sehr viel Kreativität gefördert haben in mir, Musik gefördert haben in mir, Kunst gefördert haben in mir und auch mich immer inspiriert haben. Und mein Papa immer die dümmsten Ideen hatte, coole Sachen mit uns gemacht hat, coole Aktionen. So Schlittschuhlaufen in der Nacht irgendwo auf dem See. Und er wusste die Kombi von der Flutlichtanlage. Und dann hatten wir Scheinwerfer nur für uns. Bitte? Er wusste die Kombi? Ja, richtig cool. Und da gab es so eine geheime Kombi an diesem großen Scheinwerfer, an diesem See. Und wenn es zugefroren war, dann sind wir da hin nachts und hatten die ganze Eisfläche für uns. Und das spricht so für meinen Papa, der hat viel solche Sachen gemacht. Ich bin ohne Fernseher aufgewachsen, was mich sehr geprägt hat. Also ich glaube, bis ich ein Teenie war, habe ich, keine Ahnung, 50 Filme gesehen und ich wusste alle Storys auswendig. Ich konnte mit ihr eine Bergwanderung machen und das ist auch vorgekommen mit einem Kumpel und konnte die ganze Geschichte erzählen von einem Film. Ich glaube, es hat mich auch sehr gefördert in der Kreativität. Und ich habe auch hier studiert in München und bin dann über das Studium, bin ich dann, ich habe jetzt einen riesen Lab gemacht. Ja, alles gut. Wir können auch gleich wieder zurückspulen. Aber bin dann mal rausgekommen aus München nach Stockholm und habe dann da insgesamt zweieinhalb Jahre war ich dann in Stockholm. Und bin davor auch immer wieder über Reisen rausgekommen, aber das war mein erstes Mal, so auch mal weg von München zu sein. Das hat mir sehr gut getan. München ist eine super Stadt, aber ich glaube, es hat mir sehr gut getan, auch mal was anderes zu sehen und inspiriert zu werden. Ich habe da angefangen, mit Mode zu arbeiten, mit Fotografie, mit Film zu arbeiten, also kreative Freunde gehabt. Das hat in mir unglaublich viel ausgelöst und ja, das war so vor zehn Jahren tatsächlich. Und jetzt nochmal zehn Jahre später bin ich hier und rede mit dir und so mal als kleiner Schwenk, wie das alles vielleicht gestartet hat. Ja, krass, krass. Das war eine gute Zusammenfassung in Zehnerjahren und Zehnerschritten. Zehnerschritten, das stimmt, ja. Sehr cool. Lass uns tatsächlich nochmal ein bisschen zurückspulen. Deine Kindheit hat sich jetzt wirklich sehr, sehr interessant angehört. Erstens, welcher See war das? Westparksee. Ich weiß nicht, ob es den Scheinwerfer noch gibt, aber den gab es immer so. Ich bin gespannt. Vielleicht sollte man das nochmal ausprobieren. Ja, vielleicht tatsächlich. Ich weiß auch nicht, bis heute nicht, wie mein Papa das gemacht hat, aber irgendwie hat das er bekommen. Aber der hat doch nicht gearbeitet oder so. Nee, nee, der hat ja nicht gearbeitet. Der hat es irgendwann probiert und dann wusste er es und dann, genau, das war ein Traum. Das ist verrückt. Also, das war richtig cool. Okay. Ja, Westpark. Also, du hast keine Geschwister, ne? Doch, eine Schwester. Ach doch, okay. Das wusste ich gar nicht. Zwei Jahre älter. Und das hat mir sehr gut getan, eine Schwester zu haben, auf jeden Fall. Okay, wieso, wenn ich fang da? Also, ich bin unglaublich dankbar. Wenn ich mal Kinder habe, dann, klar, man kann es nie planen, aber nicht nur ein Kind am liebsten, sondern schon zwei oder drei Kinder. Natürlich, meine zukünftige Frau hat auch ein Wörtchen mitzusprechen, aber ich habe gemerkt, dass mir das sehr viel geholfen hat mit meiner Schwester, weil wir uns wirklich geschliffen haben. Wir hatten immer ein Spiel-Buddy. Wenn wir irgendwo auf einem Familienfest waren und es war langweilig, wir waren die einzigen zwei Kids, dann konnten wir wenigstens was miteinander machen. Und ich habe ihre, der Freundeskreis war viel größer. Ich habe ihre Freundinnen kennengelernt, sie meine Freunde und so. Und ich glaube, ich habe eine andere Sicht auch auf Frauen und auf Mädels damals schon bekommen, dadurch, dass ich eine Schwester hatte. Man bekommt ja alles mit, auch von der Schwester. Alle möglichen Dinge. Und das hat mir sehr gut getan. Okay. Was glaubst du, wie würde sie dich beschreiben als ihren Kleinbruder? Boah, gute Frage. Sie hat mich sehr lieb, das weiß ich. Sie feiert mich auch. Sie hat mich auch damals supportet. Ich glaube, natürlich als große Schwester denkt man vielleicht, man muss immer so den Weg bereiten für den kleinen Bruder. Und das stimmt in gewisser Maßen auch. Aber ich war auch sehr geduldig mit ihr. Ich habe auch sogar Barbie gespielt mit ihr und solche Sachen. Also ich habe mich da voll drauf eingelassen und das war cool. Sie hat sich auf mich eingelassen. Und wir sind schon manchmal auf die Nerven gegangen, ist klar. Also auch zwei Jahre Unterschied. Aber sie hat mich doch immer sehr supportet und angefeuert und gefeiert. Okay. Steht ihr euch bis heute sehr nah? Wir stehen uns auf jeden Fall sehr nah. Sie wohnt auch hier in München. Zwei kleine Kinder. Die habe ich auch sehr, sehr lieb. Das heißt, du bist ein zweifacher Onkel schon, ja? Ja, genau. Nicht schlecht, ja. Und ja, die kommen jetzt auch in ein cooles Alter, wo man mit denen Sachen unternehmen kann und ins Museum gehen kann und so, ja. Ja, sehr süß. Cool, cool. Okay, das heißt, ihr seid zusammen aufgewachsen in diesem Duett, in diesem Duo, ja, hier in München. Kommen deine Älteren aus München normalerweise? Genau. Ursprünglich, ja? Also beide sind sogar in München geboren, deswegen halt Münchner Kinder. Okay, krass. Also richtig… Genau. Richtig waschächter Münchner. Okay. Und meine Eltern, die Großeltern, also die Eltern von meinen Eltern, davon eine Oma, die ist geflüchtet, die war aus Schlesien. Ursprünglich ist im Krieg dann über das Brennen der Dresden geflüchtet. Ja. Nach München, aber der Rest kam auch sogar aus dem Raum München. Okay. Also ich habe eine riesige Verwandtschaft im Raum von München. Ja, ja. Interessant, ey. Cool. Und hast du dir deine Kindheit schon mal vor Augen geführt im Sinne von, okay, stärker reflektiert, irgendwie mehr darüber nachgedacht? Hättest du vielleicht anders sein können oder dies oder jenes? Oder warst du einfach bisher immer dankbar, wie du gesagt hast, ey, für deine Eltern, für wie sie sich aufwachsen lassen haben und so weiter? Ich bin super dankbar. Ich glaube auch, dass vielleicht viele Prägungen, die ich bekommen habe, die vielleicht negativ waren in meiner Kindheit, weil ich habe reflektiert auf jeden Fall und ich habe auch schon in die Tiefe mir Sachen angeschaut, die in meiner Kindheit waren oder vielleicht auch irgendwelche Dinge, die ich mitgeschleppt habe so über eine lange Zeit. Ich würde aber sagen, dass das nicht unbedingt ein Einfluss von meinen Eltern war. Gut, ich hätte vielleicht gern Schlagzeug gelernt. Hast du es noch irgendwann? Nee, aber es ist ja noch nicht zu spät. Okay, okay, es ist ja nicht zu spät. Ich bin ja Schlagzeug, oder? Ja, nein. Let's go. Ich habe andere Instrumente gelernt, aber also von meinen Eltern, muss ich echt sagen, habe ich so viel Gutes mitgenommen. Von meinem Papa so unglaublich viel Geduld und Liebe und Annahme und auch das Kreative. Ja. Da habe ich schon viel von meinem Papa auch mitbekommen. Was macht der, wenn ich war in das Buch nicht? Und der, der war so Feinmechaniker. Okay. Genau. Also der ist jetzt in Rente auch schon länger. Der war super, also der ist immer noch super kreativ. Der hat auch seinen Job genutzt und hat die krassesten Sachen gemacht und so. Er hat bei großen Firmen gearbeitet. Ja. Und er hat sich aber ausgetobt, hat uns irgendwelche aus Metall irgendwelche Spielsachen gebastelt und so. Oh, ist nice. Konnte auch super gut zeichnen und so. Und auch fotografiert hatte sehr gerne. Und ich habe dann auch, über ihn bin ich eigentlich in die Fotografie gekommen, weil ich, ich habe immer so kleine Digitalkameras gehabt. Aber dann irgendwann habe ich von ihm seine analoge Spiegelreflex bekommen. Eine gute Canon, die jetzt immer, immer teurer wird. Also eigentlich eine Wertanlage. Wow. Und mit der habe ich dann angefangen, mit Filmen zu fotografieren, als ich so 17 war und habe dann jahrelang nur Filmen fotografiert. Und das hat mich sehr geprägt in meiner Fotografie und auch in mein Auge geschleift und auch, glaube ich, viel den Weg bereitet für meine jetzige Fotografie. Und auch vielleicht für, wie ich Fotografie sehe und, und wie ich auch beim Fotografieren rangehe. So, weil da viel von diesem analogen Background auch kommt. Und deswegen würde ich schon sagen, dass meine Eltern mich extrem positiv geprägt haben. Oh, cool. Wo kommt dieser Drang her, in die Selbstständigkeit zu gehen? Ich meine, du hast sehr viele selbstständige Projekte gemacht bisher. Wenn genau deine Eltern das vielleicht nicht unbedingt selbst erlebt oder gelebt haben, aber dich dennoch geprägt haben in einer gewissen Art und Weise eben doch in diese Schiene zu gehen. Was glaubst du, woher kommt das? Ist das etwas, was ein Einfluss war in deinem Umfeld oder hat sich das organisch ergeben mit der Zeit? Einfach nach jedem Schritt, der dann so kam. Wie ist das zustande gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich, ich habe, also, ist wirklich eine gute Frage, eine coole Frage. Ich glaube, ich habe einfach schon früh irgendwie die Situation gehabt, dass mich viele Dinge interessiert haben. Und ich Schwierigkeiten hatte, mich festzulegen, auch nach der Schule. Was studiere ich? Gehe ich in die kreative Richtung oder nicht? Ich habe dann Politik und Geografie studiert, also nichts Kreatives, aber was sehr Wissenschaftliches. Und es hat mich sehr geprägt und ich bin im Nachhinein super dankbar, dass ich das studiert habe. Fun Fact, einer meiner Lieblingsfotografen, Sebastiao Salgado, auch weltberühmter Fotograf, der hat in so einem Corona-Talk hat er mal, während Corona so einen kleinen Live-Talk auf YouTube gehabt, schlicht schlimmste Qualität, also Bildqualität. Deswegen auch nur irgendwie ein paar hundert Views oder so. Und da wurde er gefragt von einem, von einer Galerie in New York, was er raten würde, irgendwelchen jungen Leuten, die vielleicht sowas wie er machen wollen, also Reportage, Dokumentar, Fotografie. Und er hat gesagt, er würde raten, dass sie Geografie, Politik oder Wirtschaft studieren. Geil. Und das fand ich lustig, weil das irgendwie nochmal zehn Jahre später oder nicht zehn, aber sieben Jahre später nochmal für mich so eine Bestätigung war, dass es irgendwie doch vielleicht der richtige Weg war, weil man die Welt ganz anders wahrnimmt. Und ich glaube, dass mit der Selbstständigkeit tatsächlich, um zurückzukommen auf deine eigentliche Frage, ist einfach die Situation gewesen, dass ich immer schon Interesse hatte in vielen Bereichen und mich super viele Sachen interessiert haben und deswegen auch die unterschiedlichsten Projekte schon gemacht habe. Wenn mir eine Idee gekommen ist für was, dann habe ich es halt einfach gemacht. Und wenn ich Bock hatte, da mal Zeit zu investieren, dann habe ich das gemacht. Und deswegen war, glaube ich, mein Weg irgendwie schon von vorne, von vorne, im Vorhinein schon so gefestigt, dass ich vielleicht doch eher ein bisschen so ein Allrounder bin. Ja, also man hört und sieht vieles. Ich glaube, wie gesagt, dein Portfolio ist sehr, sehr breit gefächert und super spannend zu sehen in den verschiedenen Disziplinen oder Richtungen, die da eingeschlagen worden sind, dass es nicht nur halbe Sachen sind, sage ich mal, sondern dass du doch sehr viel Herzblut investiert hast und weiterhin tust auch und das Ding irgendwo zu Ende bringst. Also du redest nicht nur, sondern du machst dann auch. Ich versuche es, ja. Und genau, also super inspirierend, glaube ich, zu sehen, so eine Reto-Perspektive. Und ich glaube, noch spannender dann so ein bisschen in Anticipation, okay, was kommt denn jetzt in der Zukunft, weil man nicht unbedingt genau weiß, okay, das wird kommen, sondern ich glaube, irgendwas wird halt kommen bei dir. Und genau, magst du uns so ein bisschen reinnehmen in dann diese nächsten oder in deine Zwanziger, sagen wir es so, wo du dann dich entschieden hast, raus aus München zu gehen? Dein Nest, sage ich mal, zu verlassen, die Welt so ein bisschen zu entdecken für dich. Das Studium war beendet, hast du gesagt, oder? Noch nicht, nee. Also ich bin während dem Studium nach Stockholm, habe dann dort zwei Semester studiert, was super cool war, also auch eine tolle Uni. Und ich habe dort einfach richtig schnell krasse Freunde kennengelernt, die ich immer noch habe, also tiefe Freundschaften, mit denen ich immer noch super dick bin, also echt krass. Und die waren alle auch im kreativen Umfeld, alle unterschiedliche Sachen gemacht. Der eine Manager für ein großes Hip-Hop-Label, der andere Architekt, der andere so Galerie, eigentlich hat er so Design gemacht, aber hat jetzt eine Galerie und ganz viele verschiedene Projekte. Fotografen, Filmemacher, also wirklich die unterschiedlichsten Leute. Und das hat meinen Horizont extrem geweitet. Und ich habe dann in der Zeit in Stockholm auch, bin ich in die Modeszene eingetaucht. Ich habe meinen damaligen Chef immer oft zu kennengelernt, ist auch eine lustige Geschichte. Ich habe für eine Unternehmensberatung gearbeitet. Und in dem gleichen Gebäude war noch eine Modefirma mit dem kompletten Sitz, also auch mit großem Store, ist die bekannteste Herren-Ausstatter in Skandinavien. Und mein Chef war irgendwann, also mein zukünftiger Chef dann, war im Anzug, im Aufzug und hat mich angesprochen auf meinen Schal, den ich anhatte, weil er auch so einen hatte. Und dann sind wir da kurz ins Gespräch gekommen und dann meinte er irgendwann, hey, komm nochmal vorbei bei uns im Office, bin ich da hin. Und dann meinte er, ja, komm mal nächste Woche, da haben wir so einen Sample-Sale, bin ich da hin. Und dann meinte er, hey, willst du nicht für uns modeln? Und ich habe damals viel vor der Kamera auch gemacht, auch so Werbung und so. Und dann habe ich da angefangen und dann hieß es danach, hey, unser Fotograf geht in Vaterschaftsurlaub, willst du nicht jetzt die nächste Kollektion oder die nächste Saison halt Webshop-Bilder fotografieren. Und so bin ich dann da reingerutscht und der ist zurückgekommen und meinte, ah, ich habe eigentlich gar nicht so viel Bock, das zu fotografieren, ich will lieber im Laden stehen. Und dann habe ich das irgendwie weitergemacht und bin dann immer in den Semesterferien nach Stockholm, habe dann da gearbeitet, aber habe dann in der Zeit in Stockholm gemerkt, okay, Studium mache ich jetzt einfach nur noch fertig. Nicht unbedingt, weil ich damit so viel Perspektive sehe mit meinem Abschluss dort, sondern eher, damit ich dann freier bin. Und dann kam das alles ins Rollen. Ich habe dann für eine skandinavische Modefirma angefangen zu arbeiten, hier in München aber, und habe dann so die anderen, die anderen Tage und Stunden, die ich hatte in der Woche, habe ich für kreative eigene Projekte benutzt. Okay. Also so kam das alles ins Rollen mit meiner ganzen kreativen Arbeit und so. Cool, ey. Warum Stockholm? Ich war, bevor ich die Bewerbung losgeschickt habe, auch noch nie dort. Geil. Aber irgendwie, das war eine neue Uni, die zum ersten Mal in dem Semester auch dann in das Erasmus-Programm gekommen ist. Mhm. Und ich dachte mir, irgendwie reizt mich Stockholm, ich habe viel Gutes gehört über Stockholm. Ich habe dann angefangen, Schwedisch zu lernen, nur damit ich genommen werde. Ja. Ich war, glaube ich, der einzigste von allen, es waren viele Bewerber, aber ich glaube, ich war der einzigste, der schon zwei Semester vorher angefangen hat, Schwedisch zu lernen, an der Uni hier. Okay. Und damit, ich hatte zwar nicht die besten Noten, aber ich glaube, damit hat der Dozent, der ausgewählt hat, gesehen, hey, der hat wirklich Bock. Und ich habe auch nur eine Option angegeben, keine anderen Optionen. Also ich wollte wirklich dorthin. Es war wie so ein Ruf irgendwie. I don't know. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, warum. Ja. Damals dachte ich einfach irgendwie, es hat so, es hat rausgestochen für mich. Ja, ja, krass. Okay. Gehst du normalerweise auch mit dieser All-in-Invested-Mentalität in Sachen hinein oder sind es spezifische Sachen nur? Nee, tatsächlich ja, auch spannende Frage. Ich würde sagen, schon tatsächlich, ja. Klingt so für mich, ja. Genau, ich, tatsächlich mache ich das, auch wenn ich halt in den letzten Jahren oft irgendwie bei Brands Teilzeit gearbeitet habe und noch andere Sachen machen zu können oder halt gemerkt habe, ich will da schon All-in sein, aber vielleicht nur auf Teilzeit. Also das, da beißt sich vielleicht ein bisschen. Ja, ja. Aber ich habe auf jeden Fall diese All-in-Mentalität, also wenn ich auch ein Projekt angehen will, dann mache ich es entweder richtig und dann butter ich da auch alle meine Zeit rein oder ich lasse es sein. Das auf jeden Fall. Ich glaube, trotzdem habe ich immer wieder auch Jobs gemacht, wie jetzt auch hier. Ich bin ja hier auch Teilzeit und das hat mir auch immer viel geholfen, dass ich dann trotzdem auch Raum hatte, aber auch in dieser Zeit, wo ich hier bin, bin ich komplett All-in. Also ich habe auf jeden Fall diese All-in-Mentalität, würde ich schon sagen, ja. Wie gesagt, ich merke es ja, auch vorhin, wir hatten, bevor der Dreh begonnen hat, hatte ein paar Mitarbeiter hier im Gespräch und ich meine, du arbeitest noch nicht lange hier und einfach wie du mit den Mitarbeitern umgehst, in welcher Art von Verbundenheit ihr schon eine Community irgendwie lebt, ist extraordinär, würde ich sagen. Klar habt ihr nochmal jetzt diesen Cycling-Club so an sich, aber ja, ich vermute und immer wieder vom Hören und Sagen oder von deinen Erzählungen her, dass egal, was du da anfasst, in den meisten Fällen ist irgendwie doch mit viel Commitment dann angepackt worden. Was glaubst du, wieso bist du so drauf? Ich glaube, ich habe auch viele, ich habe viele Erfahrungen gemacht, auch mit Projekten, wo ich vielleicht nur so halbherzig dabei war und gemerkt habe, dass es dann nicht wirklich auch was geworden ist oder nicht wirklich aufgeblüht ist. Und ich glaube, deswegen habe ich gemerkt, hey, wenn ich, wenn ich was erreichen will oder wenn ich auch wirklich mein Bestes geben will, dann muss ich halt all in gehen. Also ich glaube, es ist schon ein Erfahrungswert, den ich gemacht habe und es ist jetzt nicht so, dass ich, dass alle Projekte, die ich auf keinen Fall, also wie viele E-Mails ich geschrieben habe, wo keine Antwort kam, wie viele Projektskizzen ich hatte, wo nie was geworden sind, wie viele Videos ich geschnitten habe, die nie die Welt gesehen hat, wie viele Fotoprojekte ich gemacht habe, die niemand gesehen hat. Und trotzdem hatte ich das Privileg, einige Projekte wirklich von Anfang bis Ende komplett durchzuziehen, die auch viel Reichweite bekommen haben oder viel bewegt haben. Aber nach außen hin scheint es vielleicht immer so, als ob alles so super erfolgreich ist, ist es aber nicht unbedingt. Und ich glaube, diese All-in-Mentalität ist wahrscheinlich ein Erfahrungswert, dass ich einfach oft gemerkt habe, hey, wenn ich nicht mein Bestes gebe, so jetzt auch in dem Projekt, dann kann ich auch nicht erwarten, dass jemand anders das Beste gibt, so für was, wo ich vielleicht Support brauche oder wie auch immer. Und halt generell, ich glaube, ich will Dinge exzellent machen, ich glaube, ich will, das ist mein Anspruch, ich will Dinge gut machen. Und manchmal, da beiß ich mir manchmal in den Schwanz, oder wie sagt man, die Katze beißt sich in den Schwanz, weil ich jemand bin, der gerne Dinge auch schnell macht und nicht noch extra Schlaufen macht und Schleifen und hier noch eine Korrekturschleife und so, sondern denke, hey, manchmal und es gibt zum Beispiel, wir hatten jetzt ein Video auch dieses Jahr von so einer Kampagne und da hatten wir einen Take von einem Voice-Over und ich wusste einfach, hey, das passt super so. Aber es war halt nur mit dem Handy aufgenommen und nicht professionell mit dem Mikro und dann hieß es, okay, wir probieren das jetzt nochmal richtig und dann mit einem ordentlichen Mikro, Art Studio-Setting, aber die Aufnahme war längst nicht so gut und so authentisch. Und ich glaube, da ist vielleicht der Unterschied, also manchmal müssen Dinge nicht perfekt sein, wenn sie dafür authentisch sind und manchmal aber, wenn Dinge nicht so authentisch sind, müssen sie vielleicht dafür perfekt sein. Eigentlich ein spannender Gedanke. Ja, schon, das war gut, das war gut, das kann man sich merken, ja. Okay, du bist in Stockholm jetzt, du bist am Austesten, am Ausprobieren, am Austoben wahrscheinlich auch und checkst so ein bisschen aus, okay, wo finde ich mich in dem Ganzen wieder? Es wird was in dir geweckt und wie geht es dann dort weiter? Du hast ein bisschen davor schon gesagt, aber nimm uns noch ein bisschen tiefer mit rein. Ja, ich habe in Stockholm dann wirklich, ich weiß noch die Situation, ich saß in einem Café mit meinem Cousin und hatte so eine Liste mit, was spricht dafür hier zu bleiben, was spricht dagegen hier zu bleiben. Und das war wirklich ein enges, enges Rennen und ich wäre fast in Stockholm geblieben, aber ich glaube, die größten Faktoren oder der größte Faktor war tatsächlich, dass wenn ich in Stockholm geblieben wäre, hätte ich die ganzen Semester, die ich davor schon studiert hätte, einfach einen Nagel hängen müssen, weil ich dort nicht mein Studium zu Ende machen konnte. Oh, okay. Dann habe ich gesagt, okay, ist ja jetzt auch schade, die Jahre wegzuschmeißen und habe dann entschieden, zurückzugehen nach München und im Endeffekt war das auch eher genau, meine Schwester war damals auch schwanger und ich wusste, okay, da kommt jetzt ein Neffe und so und irgendwie so ein paar Faktoren, wo ich gemerkt habe, hey, eigentlich ist München auch wieder cool. Und ich habe es dann, glaube ich, auch in München noch länger ausgehalten, weil ich dann in den Jahren drauf einfach unglaublich viel unterwegs war und Projekte überall auf der Welt auch machen durfte. Ja, das weißt du noch. Du warst schwer zu erwischen. Ja, total crazy. Also ich habe auch mal irgendwie so, später habe ich mal nachgeschaut, 2018 war so ein Jahr zum Beispiel und ich habe mal nachgerechnet und 2018 war ich halt nur sechs Wochen in München. Krass. Und den Rest war ich einfach komplett irgendwie überall auf der Welt für Projekte oder für eine Arbeit oder mal irgendwie in Porto acht Wochen einfach gearbeitet dort in einem Office. Und ich glaube, dadurch war ich auch nicht so, ja, war das für mich auch leichter vielleicht nach München zu gehen, weil ich hatte schon diesen Drang, auch noch mehr zu sehen und mehr zu testen und auszuprobieren, aber gleichzeitig wusste ich, okay, ich habe trotzdem eine gute Base hier in München. Ja. Und das habe ich gebraucht immer. Also das habe ich auch in Stockholm gebraucht und auch hier in München immer noch, einfach eine gute Base zu haben. Und das war gar nicht so leicht für mich dann, als ich von Stockholm zurückgegangen bin nach München, weil meine alten Freunde hier in München, mit denen habe ich nicht mehr so geklickt, weil die auch nicht unbedingt so, das waren halt eher so Kindheitsfreunde. Okay, okay. Und nicht so die Freunde, die ich gewonnen habe, weil sie kreative sind oder weil wir ähnliche Träume haben oder Visionen haben oder… Wo man zusammen so ein bisschen wächst in diesem Prozess der Selbstfindung. Und ich habe meine Freunde unglaublich vermisst. Ich hatte ein paar richtig schwere Jahre hier in München, als ich zurückgekommen bin, weil ich meine Freunde in Schweden unglaublich vermisst habe und immer so hin und her gerissen war. Und das hat mich jetzt auch viele Jahre gedauert, bis ich hier eine solide Freundes-Base wieder aufgebaut habe mit wirklich tiefen Freundschaften. Aber das hat auch erst funktioniert an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin mehr in München und München ist meine Base und ich höre auf mit dem krassen, vagabunden Leben so und versuche zumindest hier auch, weil… Wieder die All-In-Mentalität. Genau, genau. Und das hat mir geholfen, dann auch Freundschaften zu gewinnen und hier mehr wieder eine Basis aufzubauen. Okay, okay, krass. Das, was du dann angefangen hast zu tun, du hast schon gesagt, 2018 war so ein Jahr, wo du viel unterwegs gewesen bist. Projekte kamen rein, du hast selbst angefangen, kreativ dich ein bisschen auszuprobieren und Sachen zu machen. Wenn ich das so von außen betrachte, wie gesagt, hat es in den meisten Fällen verschiedene Richtungen, aber dennoch immer einen gemeinsamen Nenner, würde ich sagen. Und zwar in den meisten Fällen hat es eine gewisse politische Natur oder einen sozialen Aspekt. Woher kommt das bei dir? Weil es gibt ja auch Kreative, die dann nur für die Ästhetik oder nur für die Kunst an sich Dinge tun, aber du verbindest immer wieder, ich sage mal, eine gewisse Sinnhaftigkeit noch mit deinen Projekten und deinem kreativen Ausdruck. Woher kommt das? Ja, ich bin sehr privilegiert, dass ich so viele Projekte machen durfte, die Sinn hatten und wo auch wirklich was bewegt haben. Das nehme ich auch nicht als selbstverständlich. Also es ist wirklich auch krass, dass man seine Zeit verbringen darf mit Projekten, die dir eine Sinnhaftigkeit geben, die viel bewegen und vielleicht auch im Idealfall die Welt einfach verbessern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Projekt für die Seenotrettung nehme, was ich gemacht habe, wird einfach ganz vielen Prominenten in Deutschland eine Möglichkeit gegeben, dass sie so Teil sind von einer größeren Idee und von einer Bewegung, um Gelder zu generieren für die Seenotrettung, um wirklich Flüchtlinge im Mittelmeer zu retten. Und ich glaube zum Beispiel da, wenn ich das so im Nachhinein betrachte, würde ich sagen, ich war in den Jahren davor, war ich auch viel in Afrika unterwegs, in verschiedenen Ländern, durfte dort Projekte machen, auch mit sozialen Organisationen unterwegs sein, durfte auch dort sehen, wie viel Armut und wie viel Leid es gibt so und wie schlecht oft die Lebensqualität ist für die Leute da. Und dann habe ich damals einen Gründer kennengelernt von dieser Seenotrettungsorganisation, als ich an der FH in Dortmund eingeladen wurde. Der hatte auch an dem gleichen Tag, hat er dort einen Dokumentarfilm gezeigt über die Seenotrettung. Und ich habe diesen Film gesehen und ich wurde so bewegt, ich war am nächsten Tag im Zug, ich weiß noch, ich war im ICE gesessen und ich habe mir gedacht, hey, boah, mein Herz ist gebrochen. Mein Herz ist gebrochen für diese Menschen, die aufgrund von einer besseren Perspektive, dem Wunsch nach einer besseren Perspektive, weil sie sich was Besseres erhoffen und weil sie einfach sich ein besseres Leben wünschen, diese krasse, gefährliche Reise auf sich nehmen und dann aber halt an irgendwelche Leute geraten, die die in Boote stecken, die einfach nie, nie das andere Festland erreichen könnten, die eigentlich schon einfach nur dafür bestimmt sind, rauszufahren und dann schiffbrüchig zu werden. Natürlich nicht alle und das klingt jetzt so absolut, aber es gibt immer auch Ausnahmen natürlich. Und da habe ich gemerkt, boah, mein Herz ist so gebrochen. Ich habe wirklich geweint während diesem Dokumentarfilm und ich saß im Zug zurück und ich habe gedacht, hey, warum nutze ich nicht meine Kreativität, die ich habe, auch mit dem Netzwerk, was ich habe. Wir haben im Jahr davor eine Kampagne gemacht mit Caps für die EU-Kommission, für die Europawahl, dass viele Leute wählen gehen, die war super erfolgreich und dann habe ich einem Kumpel von mir, habe ich dann gesagt, hey, lass uns doch sowas ähnliches machen, aber für die Seenotrettung. Und das Projekt ist riesig geworden, es haben unglaublich viele Prominente mitgemacht hier in Deutschland und es wurden so viele Gelder generiert für die Seenotrettung und so eine krasse Awareness neu geschaffen wieder auch und diese Organisation wurde so sehr supportet und ich habe einfach merkt, cool, man kann mit so kleinen Ideen, kann man viel bewegen und ich glaube aber, dass bei den meisten Sachen irgendwie irgendwas in mir getriggert wurde. Also in dem Fall wurde mein Herz gebrochen und ich habe gemerkt, hey, boah, ich habe einfach ein Mitgefühl und Mitleid für diese Menschen und was kann ich jetzt als privilegierter, weißer Thomas Mandl in München machen, um da irgendwas zu tun? Ja, einen Unterschied zu machen. Irgendwie einen Unterschied zu machen oder im Ende irgendwelche Leute, selbst wenn es nur ein paar Leute sind, die gerettet werden, aber selbst wenn es nur eine Person wäre, dann wäre das komplette Projekt schon wert gewesen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich oft so ein Treibstoff für mich. Hast du da ein Vorbild? Gibt es da jemand, der dich geprägt hat in dieser Hinsicht oder war das wirklich eine Eigenreflexion einfach? Du sitzt im Zug, du bist bewegt durch eine Geschichte oder eine Dokumentation oder eben Fakten, die dir nahegebracht werden und fängst dann an irgendwie, weißt du, das in die Praxis umzusetzen? Oder wie war das? Also ich glaube, so ein richtiges Vorbild für sowas nicht unbedingt. Also ich weiß, ich habe mal auch mich sehr für die EU so engagiert in meinen frühen Jahren des Aktivismus, so 2016, 2017, in den Zeiten. Und da hat mich der Fotograf Wolfgang Tillmanns inspiriert aus Berlin, den ich dann über unsere Europa-Kampagne auch persönlich kennenlernen durfte. Wir haben dann zusammen eine Wahlparty gemacht, sein Team und unser Team. Dann hat er mich ins Studio noch eingeladen bei sich, das war cool auch. Der hat mich damals ein bisschen inspiriert, weil der hat so Poster einfach gemacht auf eigene Kosten, die er überall hingeklebt hat oder verteilt hat. Um einfach aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das war so eine erste Frühform von Aktivismus, die ich erlebt habe. Und ich glaube, das hat mich damals inspiriert, aber da war noch nicht so viel soziale Komponente, war da nicht dabei. Woher die kommt? Ich glaube einfach, weil ich schon immer, meine Mutter wird es auch bestätigen, weil ich schon immer sehr mitfühlend war und schon immer eine Person war, die sich sehr gut in andere hineinversetzen konnte. Und ich glaube, dadurch, dass ich wahrscheinlich auch so viel erlebt habe, auch in Kamerun mehrere Wochen verbracht habe oder auch in Ruanda einfach viel gesehen habe, habe ich, glaube ich, eine größere Perspektive gehabt auch auf das ganze Thema Flüchtlingskrise. Und ich glaube, da stand dir näher das Thema. Es war jetzt nicht irgendwie distanziert nur im Fernseher, sondern du hast selbst was gesehen mit deinen eigenen Augen, warst vor Ort irgendwo und hast das miterleben dürfen. Okay, interessant. In deinen eigenen Worten vielleicht, wie gehst du da mit Frustration vielleicht um? Also wenn du merkst, ich komme aber nur so weit, ich kann nur bis zu diesem Punkt gehen und ich kann nur so helfen. Hast du da Momente gehabt in dieser Reise des Kreativseins und Projekte anstoßen und vielleicht Erfolg doch mit abzuspüren und dann gleichzeitig aber zu merken, okay, ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist oder wie wirklich Menschen geholfen worden ist an der Stelle oder ob es sich nur kurzzeitig vielleicht aufgebauscht hat. Kannst du uns da in diese Welt mit hineinnehmen? Ja, du stellst nur gute Fragen. Ich glaube, dass diese Frustration, dass irgendwie immer noch so viel schiefläuft oder immer noch so viel Leiter ist oder so viel Schmerz auch in der Welt ist, so dieser Weltschmerz, würde ich das mal beschreiben, den spüre ich extrem, also auch immer noch. Und ich würde sagen, dass ich da auch immer mehr hinkomme, dass ich immer weniger diesen Weltschmerz spüre und mich selbst davon mega beeinflussen lasse, weil es gab Zeiten, wo ich, da war ich wachgelegen ewig und ich habe einfach wirklich so eine Schwere gespürt einfach und auch so eine Sorge mit der Welt gespürt oder eine Traurigkeit gespürt einfach und dadurch glaube ich, dass ich einen relativ weiten Horizont auch habe, auch über mein Studium und auch mich viel beschäftigt habe mit Themen, die aktuell sind oder mit verschiedenen politischen Umbrüchen, die passieren oder mit irgendwelchen Katastrophen, die passieren oder mit Flüchtlingsströmen oder Kriegen oder so. Ich glaube, dadurch habe ich immer schon einen sehr starken Schmerz gespürt, diesen Weltschmerz. Ja. Den trage ich auch immer noch in mir. Ich glaube, dass ich aber gelernt habe über die letzten Jahre, diese Schwermut auch, wie ich es auch beschreiben würde, nicht mehr so viel Einfluss nehmen zu lassen, auf meinen Gemütszustand, wie ich mich am Tag fühle. Weil ich hatte Tage, wo ich einfach super schlecht gelaunt war auch und einfach super schwermütig war. Andere im Umfeld es auch mitbekommen haben und ich glaube, dass ich immer mehr dahin komme, das zwar zuzulassen und zu wissen, okay, da ist ein Schmerz, aber gleichzeitig zu wissen, okay, ich kann aber auch nicht alles tun und dieser Weltschmerz wird immer, glaube ich, bleiben, weil wir einfach auch in einer kaputten Welt leben. Ist einfach so und das war schon immer so. Und nicht schon immer, aber ich glaube, dass du und ich schon immer eine kaputte Welt erlebt haben. Und ich glaube, ich lerne aber immer mehr, wie ich diese Schwermut, die ich habe, wie ich damit umgehen kann, wie ich damit kooperieren kann, ohne dass sie mich kaputt macht. Ohne dass sie dir deine Lebensfreude nimmt komplett. Genau, oder Beziehungen zerstört vielleicht auch. Oder dich eben so einnimmt, dass nichts mehr von dir übrig bleibt. Ja, das auch. Oder dich komplett verzweifle halt. Was hast du in diesem Prozess getan, um gesunde Grenzen zu setzen, um dem einen richtigen Rahmen zu geben? Ich weiß von Erzählungen, dass du zum Beispiel immer wieder ins Kloster gehst zum Beispiel. Und da erzähl gerne selbst, was du da machst. Und auch andere Dinge, glaube ich, die du angestoßen hast in deinem Leben, um an der Stelle, ich sag mal, zu reifen. Nimm uns gerne da mit rein. Ja, so meine engen Freunde, die wissen es auch. Also ich habe das, also mit dem Kloster. Jetzt wissen sie mehr. Aber ich habe angefangen, letztes Jahr im Sommer, also das mache ich jetzt schon über ein Jahr, habe ich angefangen, wirklich einmal im Monat mir eine Auszeit zu nehmen für 24 Stunden mindestens. Also ich habe es auch schon mal geschafft, dann länger dort zu sein. Du bist seit einem Jahr dabei? Seit einem Jahr, einmal im Monat, genau. Okay, wow. Also letzten Monat nicht tatsächlich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Da habe ich es leider nicht geschafft. Aber da war auch, also ist es einfach zu viel gewesen. Ja, aber elf von zwölf Mal dann, ja. Genau, ja. Ich war in einem Monat auch schon zweimal, also. Okay, dann gleicht es wieder aus. Aber mir geht es mehr darum, halt eigentlich hätte ich das gerne, weil das ist wie so eine Oase für mich geworden. Also ich habe gemerkt, dass diese 24 Stunden kein Handy, Stille, mir unglaublich gut tun und mir immer wieder helfen, es gibt so ein Bild, was ich mal dafür gefunden habe. Kennst du diese Schüttelgläser? Die Schüttelgläser. Wo du so ein Bild hast und dann so Schneeflocken. Ah, ja, ja. Genau. Und das ist wie so, oder wie so ein trübes Glas, weißt du, wo ganz viel Dreck drin ist. Und ich habe das Gefühl, dass meine Seele, also so meine Gefühle, mein Gemütszustand, dass der in so einem Monat immer wieder so aufgeschüttelt wird mit allen Dingen, die passieren, wie so ein Schüttelbild. Und in dieser Zeit im Kloster, da ist es endlich mal ruhig und dann setzt sich alles und ich kann wieder klar sehen. So, das ist ein Bild, was es, glaube ich, ganz gut beschreibt. Ja. Und immer wenn ich rausgehe aus dieser Zeit, die ich habe, merke ich einfach, boah, ich habe wieder dann Frieden und Ruhe und ich bin wieder ein Stück weit geerdeter. Ja. Und ein bisschen klarer wieder und habe vielleicht auf manche Dinge wieder eine klare Sicht. Manchmal gehe ich auch mit einer bestimmten Frage dorthin und will gerne eine Antwort darauf bekommen oder ich gehe mit einer Emotion dorthin und ich will Ruhe dafür gewinnen. Ja. Und ich habe gemerkt, dass mir das extrem geholfen hat und deswegen will ich das auch gerne noch weitermachen. Nicht schlecht. Ist es dir leicht gefallen, diesen Rhythmus zu etablieren oder dorthin zu gehen und einfach mal in der Stille, in dieser Spannung zu sitzen? Es ist nicht nur Stille, also ich bin dann auch da dabei bei der Liturgie von den Mönchen. Okay. Oder erzähl mal, wie so ein Tag abläuft. Es ist auch ein spezielles Kloster dort, also wo ich hingehe. Es ist ein ganz besonderes Kloster, weil die haben sowohl die katholisch-römische Liturgie, also den Ritus dort, als auch den byzantinischen Ritus, also orthodox. Es ist ein ganz besonderes Kloster. Es gibt nur zwei davon in Europa, die quasi beide Riten feiern. Ja, interessant. Und das ist super spannend und da muss man voll reinkommen. Also ich hatte auch einmal einen anderen guten Kumpel dabei, der war total überfordert, so ähnlich wie, dann habe ich gesehen, ja, genauso war ich beim ersten Mal. Ja, ich glaube, ich weiß, in eine andere Welt, in eine andere Welt, auch die Uhrzeiten. Also da ist halt das Morgengebet um sechs Uhr morgens, nee, sogar früher. Ja, schau, ich war jetzt schon lange nicht mehr da. Und dann kann man halt entscheiden, ob man dabei ist oder nicht. Und ich bin dann schon dabei, aber es ist spannend, weil am Anfang war ich auch sehr unruhig und bin dann viel spazieren gegangen und habe gedacht, okay, ich muss mich jetzt, ich muss jetzt irgendwie mich beschäftigen, habe mir ein Buch mitgenommen oder irgendwas, weil ich dachte, ja, ich kann ja diese 24 Stunden, wie soll ich das hinfüllen? Aber irgendwann, ich glaube, jetzt bin ich mehr an einem Punkt, wo ich unglaublich dankbar bin, einfach für die Zeit, wo ich in meiner Zelle, also ist keine richtige Zelle, aber eigentlich schon noch in meinem Gästezimmer sitze und einfach wirklich nur einfach in der Stille bin und versuche einfach mal zuzuhören und versuche still zu sein und mal nicht irgendwie, ja, groß zu reden. Aber es ist immer unterschiedlich. Manchmal, manchmal rede ich auch mega viel und bete mega viel und manchmal ... Achso, okay, man ist gar nicht verpflichtet, in dem Sinne nichts zu sagen, sondern ... Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Es ist mehr ein sich isolieren, so ein bisschen sich oder rausnehmen aus dem Alter und abschreiben. Nee, nee, ist kein Schweigekloster. Also man darf auch reden so und ich habe die ersten Male schon immer strikt auch schweigend gemacht und so und habe dann auch mit den Brüdern gar nicht so viel geredet. Die Olin-Mentalität. Genau. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass die Brüder auch so bereichernd sind und ich habe angefangen, mit denen auch zu reden und jetzt, ich war letzten Monat nicht und ich bekomme eine Nachricht von dem Bruder dort, von einem der Brüder, der recht jung ist und er schreibt, hey Thomas, du warst diesen Monat nicht da, ich habe dich vermisst, was ist los? Ist irgendwas so? Und auch das ist sehr bereichernd, also auch mit denen dort zu reden und von denen zu hören und mit dem einen rede ich über seine Bienen, die er hat und unglaublich spannende Menschen auch, die dort im Kloße eingetreten sind. Ja, krass. Ja, ich vermute, es hat einen entschleunigenden Effekt so und genau, hilft dann wahrscheinlich, eben dich zu erden. Zurück zu dieser Frage mit Frustration, wie gehe ich damit um? Wie komme ich da klar? Wo setze ich mir gesunde Grenzen und wo lasse ich mich nicht oder wo verliere ich mich nicht in diesem Sog von all den Dingen, weißt du, die passieren und die schieflaufen und wofür man selbst fast nichts mehr kann oder vielleicht auch nur ein heißer Tropfen auf dem heißen Stein wäre. Genau. Cool, interessant. Gibt es andere Wege, wie du sozusagen dir Balance hältst oder immer wieder dich erdest? Also auf jeden Fall, weil einmal im Monat, das wäre nicht genug auf jeden Fall. Also ich habe auch eine recht strikte Morgenroutine. Das habe ich mir auch vor vielen, vielen Jahren mal angewohnt, weil ich gemerkt habe, hey, je mehr Routine man auch hat, desto freier ist man auch dann. Und das ist lustig, weil das klingt paradox, aber ich habe wirklich gemerkt, bei mir ist es so, also wenn ich weiß, in manchen Bereichen habe ich einfach eine Routine und ich weiß, okay, ich stehe auf, ich gehe in die Dusche, ich lasse mein Handy aus. Seit vielen Jahren, ich habe mein Handy erst mal komplett auf Flugmodus, die ganze Nacht und auch am Morgen. Und ich mache mir erst mal meinen Kaffee und das ist meine Zeremonie mit Handbrew, also richtig guten Filterkaffee. Und ich bin da immer noch in der Ruhe und ich habe dann erst mal meine Zeit am Morgen, wo ich wirklich in der Stille bin, reflektiere, wo ich einfach versuche, mit Gott zu connecten. Und manchmal klappt es besser, manchmal weniger. Aber wo ich merke, dass diese Zeit mir so viel gibt am Morgen, auch diese Ruhe und einfach wirklich diesen Start zu haben. Also das ist eine Sache auf jeden Fall, die ich implementiert habe und erst dann irgendwann wird der Flugmodus rausgenommen und dann kann die Welt auf mich antrasseln mit Nachrichten. Dann bist du bereit für die Welt. Mit Informationen und mit all dem, was so passiert. Natürlich viele andere Dinge auch. Also ich bin in einer Beziehung, auch da braucht man einfach gesunde Zeiten, wo man sagt, okay, einmal die Woche ist Date Night zum Beispiel, also bewusste Date Night, wo man sagt, okay, man versucht irgendwie wirklich irgendwas zu machen oder dass man da wirklich so eine Art Date quasi herstellt. Sport ist unglaublich wichtig für mich. Beim Sport ist, glaube ich, das Tolle, dass dein Gehirn wirklich einfach mal ausschalten kann und du fokussiert bist auf die Bewegungsabläufe, fokussiert bist auf dein Pushen oder dein Empowern. Du kennst es ja auch, du läufst ja auch. Aber ich habe das Gefühl, beim Sport kommt der Kopf nochmal eine andere Freiheit auch, weil du mal nicht irgendwie groß nachdenkst oder so, weil wenn du spazieren gehst, dann hast du immer noch viel Raum zum Nachdenken. Aber wenn du mal wirklich, ich bin auch viel gelaufen früher, wenn du mal wirklich anfängst, irgendwie versuchst zu pacen oder viele Kilometer zu laufen oder so, dann irgendwann kommst du in eine Freiheit rein. Und ich merke das beim Surfen extrem, beim Fahrradfahren auch. Das sind so meine zwei Sportarten, die ich am meisten mache. Und das hilft mir sehr. Also auch, wenn ich mal merke, ich fühle mich müde oder ich fühle mich schwach oder schlapp, dann am besten eine Runde Sport machen, weil das erfrischt mich auch nochmal. Das würde ich sagen, ist auch auf jeden Fall eine wichtige Routine, die Teil davon ist. Und man lernt, glaube ich, so viel auch durch diese verschiedenen Disziplinen, die man dann ausübt oder die dann theoretisch eigentlich dieses Ich-komm-runter abbilden sollen im Leben. Und dann merkt man, oh, das ist jetzt nicht nur ein Hobby, ist jetzt nicht nur irgendwas nebenbei, sondern es lehrt mich wirklich, was fürs Leben. Mal in diesem Sinne, was hatte ich, ich glaube, Fahrradfahren und Cycling ist was Neues bei dir, oder? Das machst du noch nicht so. Ja, seit Corona. Okay, das ist schon eine Weile eigentlich. Was würdest du sagen, ist die größte Lektion, die, sag mal einfach Fahrradfahren oder Radsport? Radsport wahrscheinlich, ne? Ja, Rennradfahren würde ich sagen. Rennrad. Aber man kann auch Gravelbike fahren, also in meinem Fall ein Rennrad, genau. Ja. Was ist die größte Lektion, die Rennradfahren dir bisher beigebracht hat fürs Leben? Ich glaube, also wahrscheinlich muss man da auch schon früh ansetzen, weil ich als Teenie super viel Mountainbike gefahren bin. Deswegen ist es nicht super neu, aber das Rennradfahren ist neu. Ich glaube, beim Rennradfahren das Tolle ist, dass du einen sehr gesunden Sport machst, wo du dich wirklich voll ausbauen kannst, wo du Grenzerfahrungen machen kannst, je nachdem, wie schnell oder wie viele Kilometer du fährst. Und du siehst unglaublich viel, also du kommst viel rum, was super spannend ist und du kannst es immer machen. Also natürlich, klar, das Wetter sollte gut sein, aber es ist jetzt nicht wie beim Surfen hier in München zum Beispiel, wo du mit 20 anderen an der Welle stehst und erst mal warten musst, sondern nee, du schnappst dein Bike und fährst halt raus und eine Strecke, wo du Lust hast. Ich glaube, das Rennradfahren macht so viel Spaß, weil es diese Kombination ist aus Erkunden und Auspowern. Und das macht es sehr, sehr spannend und irgendwie passiert viel. Es ist sehr schnell und es ist ein sehr abwechslungsreicher Sport. Aber wenn man mal so richtig dahinter steigt, macht es natürlich auch am meisten Spaß, mit anderen zusammenzufahren. Also alleine zu fahren, ist auch bei weitem nicht so cool wie mit anderen und das ist ja auch ein kompletter Teamsport. Also wenn man sich Rennradfahren anschaut, auf Netflix zum Beispiel gab es diese Doku, die jetzt richtig groß geworden ist, darüber haben immer mehr verstanden, auch was für ein krasser Teamsport eigentlich Rennradfahren ist. Weil wenn du jetzt einfach den Fernseher machst, Tour de France anschaust, dann denkst du, okay, es sind einfach über 100 Leute, die einfach da alle als erstes ins Ziel kommen wollen. Das ist das Denken, was man hat. Aber es ist es nicht, sondern es sind Teams, die aus acht Leuten bestehen, wo es eine Person gibt, die für das Gesamtklaus-Mau fährt und die anderen, die arbeiten alle zu. Und dann gibt es welche, die Sprintetappen gewinnen wollen und die anderen helfen denen. Und es gibt wirklich, so Domestik heißt der Name, also Helfer, Diener, die mitfahren, nur um den anderen quasi zu dienen. Das ist ein kompletter Teamsport. Also es gewinnt am Ende auch nicht der eine, der steht zwar auf dem Podium, aber das Siegergeld wird auch geteilt unter all den Fahrern und das ist ein kompletter Teamsport. Und wenn man mit anderen fährt, ist es schon auch cool. Also beim Rennradfahren, du machst dir immer Handzeichen und zeigst an, was passiert und ob irgendwie ein Hindernis kommt oder was passiert und das ist ganz cool. Also man hat viel Interaktion irgendwie. Krass. Das macht sehr viel Spaß. Das hört sich wirklich sehr interessant an. Wusste ich alles gar nicht. Crazy. Ja, da musst du einfach mal anfangen. Ich leide mir dein Bike dann. Ja, das ist cool. Also viele Freunde von mir, die jetzt auch angefangen haben in der letzten Zeit und es ist schon gerade auch ein Trendsport. Aber ich verstehe auch warum. Also ich glaube, das ist halt auch für die Gelenke super gesund. Also ich glaube, dass immer mehr Leute checken, okay, es ist einfach ein super, super cooler Sport. Ja, das stimmt. Und ich meine, hier im Süden München und so weiter, das bietet sich schon auch sehr, sehr gut an. Auf jeden Fall. Das ist echt eine schöne Landschaft. Okay, wow, interessant. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen das berührt in deinem Leben. Spulen wir mal vor in die aktuelle Zeit. Heute, hier und jetzt. Was ist im Moment dein Herzensprojekt? Mein Herzensprojekt? Kannst du uns was verraten, ist die Frage. Ja, ich habe also das Projekt One World Flag, hast du ganz am Anfang mal kurz gesagt, das ist immer noch ein Herzensprojekt, das mache ich schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist ein Kunstprojekt, was ich gestartet habe, um einfach mal so diese Frage zu stellen, okay, warum haben wir so wenig an Symbolik, was uns alle Menschen verbindet und wir sind ja alle eigentlich so one human race und so, warum haben wir nicht ein Symbol, was das auch irgendwie darstellt. Das ist nach wie vor ein Herzensprojekt, was jetzt leider ein bisschen vernachlässigt wurde in der letzten Zeit, weil ich Machst du es alleine? Im Moment mache ich es alleine, ja, ich hatte mal jemanden, der mir geholfen hat damit, aber das hat sich nicht mehr getragen einfach, deswegen ging es nicht mehr weiter und im Moment mache ich es alleine tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dieses Jahr, es ist spannend, weil dieses Jahr habe ich gar nicht so viel Raum neben den beiden Projekten, wo ich drin arbeite, also mein Arbeitgeber, 1C1Y, den du gesagt hast, das ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt von mir, weil es eine Modemarke ist, die aber so viel mehr ist, als nur eine Another Luxury Brand, sondern weil diese Marke kreative Bildung von Kindern ermöglicht, also Social Fashion Brand und das ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt von mir und ich glaube, abhängig von den ganzen Dingen, die ich mache, ist dieses Jahr gar nicht so viel Raum, weil ich dieses Jahr noch heirate und deswegen würde ich der erste Gedanke, den ich hatte, als du gesagt hast, was ist dein Herzensprojekt, wahrscheinlich ist Hochzeit gerade das Okay, let's go. Also wahrscheinlich ist Hochzeit gerade das größte Herzensprojekt tatsächlich, wahrscheinlich vielleicht auch, weil es das Projekt ist, was doch immer mehr Zeit schluckt, als man denkt und auch weil es sehr nah am Herzen ist und weil es bei mir auch sehr viel Headspace in den letzten Monaten einfach eingenommen hat, das Thema. Okay, wenn du magst, können wir darauf, darin einsteigen. Wieso ist es dir nahe geworden, das Thema Beziehungen, bis zu diesem Punkt jetzt, dass du kurz vor der Ehe stehst, ihr habt euch verlobt und so weiter. Gab es da eine Reise? Magst du uns diese Reise ein wenig mitteilen oder war das so eins am anderen direkt? Aber ich weiß, das war nicht so, aber kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja, also genau. Es war auf jeden Fall eine Reise, definitiv. Ich glaube, dass für mich das auch eine größere Reise war, als ich vielleicht gedacht hätte. Also auch, als ich die Beziehung eingegangen bin, dann gesehen habe, boah, cool, die Beziehung, die hält, die ist stabil, so gerne den nächsten Schritt gehen und dann zu entscheiden, okay, man heiratet. Ich glaube, das war schon ein Prozess, der für mich auf jeden Fall gedauert hat und jetzt dieser Prozess nochmal hinterher zu kommen mit der Entscheidung, auch gedanklich, war für mich ein großer Prozess. Ich glaube, auch losgetreten von verschiedenen Sachen, aber auf jeden Fall habe ich auch gemerkt, jetzt in den letzten Monaten, dass einfach der Schritt der Ehe schon ein großer Schritt ist für mich, den ich vielleicht ein bisschen unterschätzt habe oder gedacht habe, dass der einfacher kommt, aber ich habe tatsächlich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel auch darüber nachgedacht, was das jetzt tatsächlich bedeutet für mich und habe wahrscheinlich auch gedacht, okay, ja, man verlobt sich, man heiratet easy peasy, aber so war es nicht. Würdest du sagen, du bist eigentlich ein Freigeist gewesen davor, der sich nicht so gern binden wollte oder? Ich glaube tatsächlich, ja, so Bindungsangst ist eine Sache, die ich analysiert habe auch, wo ich gelernt habe, okay, da gibt es irgendwelche Ängste, so, ich habe bei Timothy Keller, da habe ich ein Buch gelesen von Timothy Keller und ist super spannend, weil er auch sagt, ja, ich war in meinem Leben, also er war mit einer Frau verheiratet, er wird geschrieben, ich war in meinem Leben mit sieben verschiedenen Kathys, also heißt er eine Frau verheiratet. Und ich glaube, als ich das gelesen habe, hat es auch für mich nochmal gezeigt, okay, man kann nicht alles planen und man weiß nie genau, wie es wird, so. Was genau meint er damit? Ich glaube, er meint damit, dass man sich krass verändert und genauso. Verschiedene Versionen sozusagen. Genau. Von seiner einen Frau. Ich weiß jetzt noch nicht, also ich weiß jetzt noch nicht, wie die Version sein wird von ihr in zehn Jahren oder wenn das und das kommt und genauso wenig auch von mir. Ich werde wahrscheinlich auch sieben verschiedene Versionen haben. Sicherlich, ja. Bis zum Ende meines Lebens, vielleicht sogar mehr, wer weiß. Und davon sind auch nicht alle Versionen mega toll oder schön oder so, wer weiß es denn. Aber ich glaube, das musste ich auch lernen, mich darauf einzulassen, das ist einfach ein Schritt ins Ungewisse. Ja, mega. Was für eine Lektion, ja. Gehst du da alleine durch normalerweise oder hast du, keine Ahnung, hast du jemanden, mit dem du sprichst darüber, hast du einen Freundeskreis oder einen Therapeuten, was ist dein, wie reflektierst du, wie navigierst du durch diese Zeiten oder, ja. Also ich habe zum Glück das Privileg, eine krasse Therapeutin zu haben. Okay. Ich treffe die nicht so mega oft, aber die hat mir unglaublich viel geholfen in den letzten Jahren. Das ist ganz lustig, weil ich auch dann meinen Freunden irgendwann nach der ersten Session gesagt habe, ja, ich bin jetzt nicht mehr Thomas, ich bin jetzt Thomas 2.0 und so. Und das ist dann so ein Running Gag geblieben so und dann immer jede Session wurde dann so ein Update, Thomas 2.1 und 2.2 und ich weiß gar nicht, welche Version ich jetzt gerade bin, aber ich glaube, ich habe dadurch wirklich gelernt, viel nochmal mich zu befassen mit meiner Vergangenheit. Das hat mir sehr geholfen. Würdest du ihm empfehlen, in Therapie zu gehen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde es allen empfehlen. Das ist so lustig, weil ich nie gedacht hätte, dass ich Therapie brauche, ohne Witz. Das sagen die meisten, ja. Genau, ich bin super gesund aufgewachsen und super Family und super Eltern und trotzdem hat sich da, wir haben ja ganz am Anfang drüber geredet, ich glaube, dass sich viele Dinge auch extern einschleichen können, ob über die Schule oder über Prägungen oder Situationen, die man hat. Und ich habe gemerkt, dass es mir geholfen hat, professionelle Fragen gestellt zu bekommen, die richtigen Nachfragen gestellt zu bekommen und es hat mir sehr geholfen. Ich bin unglaublich dankbar dafür. Dass ich da Begleitung hatte in den letzten Jahren. Mich selbst natürlich, meine Freundschaften. Also ich bin dankbar für viele tiefe Freundschaften. Und ich glaube, mein Glaube tatsächlich. Also es ist spannend, weil auch wenn ich zurückblicke in Situationen, wo ich war, auch, keine Ahnung, auf irgendwelchen Reisen, wo ich war, in absurden Situationen, wo ich gelandet bin oder ganz alleine irgendwo im Outback in Russland oder irgendwo im Dschungel oder keine Ahnung was, ich habe gemerkt, oder in den tiefsten, in meinem eigenen Zimmer so, weißt du, so in den tiefsten Nächten, die manchmal gar nicht irgendwo extern, irgendwo in der Welt waren oder in einem krassen Ort, sondern bei mir zu Hause, so die tiefsten Nächte, wo ich einfach traurig war und wo ich nicht weiter wusste oder so. Tatsächlich ist es Gott, derjenige, der mich da immer begleitet hat. Ja. Und wo ich unglaublich dankbar bin, dass ich all diese Dinge irgendwie doch nicht alleine machen musste. Ja, ja. Und das ist für mich auch der größte Gottesbeweis. Die Gewissheit, genau, ja. Ist tatsächlich, weil ich immer gespürt habe, dass da noch was ist und dass da noch jemand ist, der mit mir geht und der in all diesen Tälern mit dabei ist. Ja, cool. Und auch in allen Freuden so. Wie oft ich krasse Dinge erlebt habe, wo niemand dabei war. Aber es war doch jemand dabei, irgendwie gefühlt. Und ich glaube, diese Faktoren, also auf jeden Fall professionelle Hilfe, aber sehr gute Freundschaften auch und halt eigene Reflexion, Zeit mit Gott. Das hat mir sehr geholfen, ja. Ja, schöne. Und wahrscheinlich jetzt in diesem Eheprojekt, ja, eine Partnerin, die nochmal eine ganz neue Ebene, glaube ich, darstellt, des Mitteilens, der Intimität, wo man Seiten von sich plötzlich zeigt, die davor irgendwie nie so das passende Gegenstück gefunden hat. Definitiv. Also, das ist auch Teil von den Freundschaften. Auf jeden Fall auch sie, meine Partnerin, definitiv. Und das ist auch das Schöne, weil sie auch als meine beste Freundin in ganz viele Dinge Einblick hat, wo andere Freunde gar nicht Einblick haben. Und da auch viel versteht und viel auch nicht versteht, weil sie nicht in mich reinschauen kann am Ende, aber mich krass annimmt und mich pusht und das Beste aus mir rausholt. Das ist echt cool. Ja, cool, ja. Das Eheprojekt. Das Eheprojekt. Sehr gut. Okay, mal abgesehen von einem Beziehungsprojekt. Du hast gesagt, One World Flag ist etwas, was dir nach wie vor auf dem Herzen liegt. Schlummert da schon was Neues bei dir? Ist da was auf dem Weg? Oder, wie gesagt, bist du gerade so voll, dass du sagst, hey, nee, die Dinge sind mir wirklich am Herzen. Das ist alles, was gerade in meinem Kopf an Raum auch hat und einnimmt. Ich weiß aber, wenn zum Beispiel die Ehe dann beginnt oder die Hochzeit abgeschlossen ist, dass ich wieder mehr Space haben werde, Raum haben werde, um wiederum kreativ zu werden oder mir wird dann langweilig, wie auch immer und dann fördert das ja wiederum die Kreativität und Ideen sprudeln vielleicht über. Was glaubst du, wird so dein nächstes Projekt sein oder wie gesagt, schlummert da schon was? Ja, es ist tatsächlich so, wie du schon fast vermutet hast. Also dieses Projekt ist gerade einfach ein sehr wichtiges Projekt und deswegen ist das gerade so mein Hauptfokus, würde ich sagen. neben den Jobs, wo ich committed bin, mein Hauptfokus, weil ich habe meine Jobs, wo ich committed bin, das Beste zu geben und viel mehr Raum ist dann da auch gar nicht. Also klar, ich habe immer mal wieder auch noch freie Projekte, wo ich gebucht werde und wo ich mit Freude mache. Aber ich habe jetzt gerade für dieses Jahr, habe ich so ein bisschen, ein bisschen Sachen auf Hold gelegt, was so größere Kampagnen, Initiativen oder so angeht. Und ich habe aber schon die Vision und ich habe schon auch im Plan wirklich die ganzen Leidenschaften, die ich habe, zu verbinden oder zumindest einige davon zu verbinden und nach wie vor einfach viel zu machen und viel zu bewegen und auch zum Beispiel, ich habe einfach den Kontinent Afrika habe ich extrem auf dem Herzen und wer weiß, was sich da noch tut, aber ich habe da auch super viele soziale Organisationen kennengelernt, die da eine tolle Arbeit machen in verschiedenen Ländern und sich da zu engagieren mit einer Stiftung, mit verschiedenen Projekten. Also das sind alles so long-term goals. Ich glaube, wenn wir hier sitzen würden im August 2024, also nächstes Jahr, ich glaube, dass ich dann wahrscheinlich nochmal an einem anderen Punkt bin, wo vielleicht auch schon wieder eine erste Idee kommt oder ein neues Projekt da ist oder so, weil das ist schon meine Art, aber dadurch, dass ich Projekt für Projekt eben habe, habe ich gemerkt, dieses Jahr ist es cool, mich zu fokussieren auf die Dinge, wo ich jetzt gerade drin bin und die Arbeiten, die ich jetzt gerade habe und vor allem halt auch Projekt Hochzeit und all diese Themen und das ist mein Hauptfokus. Ja, alles zu seiner Zeit eben. Genau. Ja, okay. Das hört sich so ein bisschen an für mich, als würdest du wissen, wo dein Platz in der Welt ist, sage ich mal, dass du deiner Bestimmung so ein bisschen schon auf die Spur gekommen bist. Was würdest du sagen, was ist die Mission deines Lebens? Die Mission meines Lebens? Oh, das ist eine große Frage. Die Mission meines Lebens ist vielleicht, es klingt total cheesy jetzt, wenn ich das so sage, aber ich glaube, ich will mit meinem Leben dazu beitragen, dass die Welt besser wird oder dass ich das Gute fördere. Ich will mit meinem Leben dafür sorgen, dass ich eher dazu beitrage, mehr Frieden zu stiften, dass andere Leute aufblühen können. Also wenn ich mit meinem Leben schaffe, dass andere Menschen, wie wenn man es von diesem, was ich erlebt habe in meinem Leben auch, wenn man in so einem Bild von einem Baum spricht, wenn die Wurzeln tiefer werden und fester werden, dann ist die Chance und die Wahrscheinlichkeit, dass der Baum auch mal hält, wenn es mal eine Trockenperiode gibt oder wenn mal nicht so viel Regen da ist und trotzdem aufblühen kann. Und das habe ich in meinem Leben erlebt. Ich hatte auch viele Jahre, wo ich gemerkt habe, da passiert nach außen nicht so viel, aber die Wurzeln werden tiefer. Und ich glaube, wenn ich dazu beitragen kann, anderen Menschen zu helfen, tiefer zu wurzeln, ich einfach anderen Menschen helfen kann, vielleicht auch ein besseres Leben zu haben und mein Leben möglichst gut einsetzen kann. Und nicht nur für mich zu leben, sondern zu überfließen. Ich glaube, das ist auch ein schönes Bild, dass all diese Kreativität, die ich bekommen habe, all die Ideen, die ich bekommen habe, all den Segen, den ich bekommen habe, all die krassen Dinge, die ich in meinem Leben habe, dass sie nicht in so einem Gefäß in mir drin bleiben, sondern dass sie überfließen und dass andere davon profitieren können. Und im Idealfall auch Leute davon profitieren können, die vielleicht das noch nicht so erfahren haben, die nicht so ein Überfließen haben, aber dass die vielleicht dahin kommen, auch mal überfließen zu können. Das hast du sehr schön formuliert. Um weiter darauf einzugehen, was glaubst du, spielt deine Persönlichkeit und deine Begabung in dieser Frage, inwiefern spielen die eine Rolle? Du hast, ich sag mal, das Medium Kunst und Kreativität schon angesprochen. Ja, also bisher super viel. Also all die Projekte, die ich gemacht habe, da waren all diese Begabungen und Talente, die ich habe, waren unglaublich wichtig, um diese Projekte dann auch fertig zu machen. Und ich glaube, dass auch weiterhin auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen wird. Also ich glaube, dass ich weiterhin meine Kreativität, meine Begabungen, all das, was ich bekommen habe, dass ich das einsetzen werde, um genau eben das zu machen, also auch einen Unterschied zu machen. Und wie das dann genauer schaut, ich bin gespannt. Und ich kann einfach nur dankbar zurückblicken auf die Momente, wo ich das schon geschafft habe, wo ich gemerkt habe, krass, da konnte ich wirklich das, was ich habe und das, was ich bekommen habe, einsetzen, um einen Unterschied zu machen. und ich finde es so spannend, wenn man sich überlegt, es geht gar nicht darum, einen Unterschied zu machen, der irgendwie Millionen von Leuten erreicht oder so. Und ich glaube, manchmal darf man sich auch lösen von dem Gedanken, ja, man muss irgendwie was Großes machen oder man muss irgendwie ganz viele Leute erreichen oder man muss ganz viel Geld generieren. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass du tatsächlich dort, wo du bist, einfach einen Unterschied machen kannst. Und eins der besten Beispiele dafür ist wahrscheinlich ein Aktivist aus den USA, Bayard Rustin, den eigentlich niemand kennt. Der ist jetzt ein bisschen bekannter geworden, gilt auch so die Invisible Activist. Aber er war so die rechte Hand von Martin Luther King und hat ihn unglaublich inspiriert und war derjenige, der ihm, der seinen Leibwächtern die Gewehre weggenommen hat, gesagt hat, hey, es muss friedlich bleiben. Und wenn jemand auf uns schießt, dürfen wir nicht zurückschießen. Und der bei dem March of Washington, wo dann auch Martin Luther King seine weltberühmte I have a dream Rede gehalten hat, wo er auch dafür gesorgt hat, dass in diesem March einfach tausende von Polizisten, die eigentlich an dem Tag, die an dem Tag nicht abgestellt waren, mitgelaufen sind, aber nicht uniformiert, nicht bewaffnet, die einfach nur dafür gesorgt haben, Störenfriede aus den eigenen Reihen der Polizei zu übergeben. Und das war so ein Genius und den kennt niemand. Aber der hatte so einen unglaublichen Einfluss auf Martin Luther King, dass Martin Luther King freigesetzt war, unglaublich viel zu bewegen und die Leben von Millionen von Leuten zu bewegen. Und ich glaube, deswegen, es braucht gar nicht so irgendwie so eine riesige Sichtbarkeit nach außen. Aber wenn du es schaffst, in deinem Umfeld gute Dinge zu machen und klug zu handeln und coole Ideen weiterzugeben, zu inspirieren, vielleicht auch einfach Leute anzufeuern, wo du siehst, die haben viel mehr Talent wie du, anfeuern, fördern. Ich glaube, dann, wenn es jeder machen würde, dann wäre der auch schon viel geholfen. Ja, sein Leben letztendlich etwas zu übergeben, was Bedeutung hat, was dich übertrifft, was größer ist als du selbst und was sich dann nicht um dich dreht, sondern um den anderen. Ich glaube, wenn so ein Leben gelebt wird, wird es automatisch dann Mehrwert kreieren und an Bedeutung tatsächlich gewinnen und natürlicherweise dann irgendwo Reichweite doch erzielen, selbst wenn vielleicht nicht das Branding dann perfekt ist oder dein Name unbedingt dann draufsteht. Ja, voll. Echt interessant. Ja, und ich meine, das wollte ich vorhin auch schon sagen, aber ich sehe das ja bei dir auch, also jetzt auch mit diesem ganzen Setup, was wir hier haben, da merkt man auch, okay, da ist ein Commitment da, weißt du. Und du bist auch so eine Person, die, wo wir vorhin drüber geredet haben, über dieses, okay, wenn man was macht, dann halt richtig. Und das sehe ich bei dir auch und da will ich dich auch anfeuern, so. Danke dir. Gibt da Gas, aber das sehe ich bei dir diese Qualität auch, okay, wenn du, wenn du was angehst, dann nicht nur irgendwie, sondern dann so richtig. Und hier das Setup und alles und wie du das aufziehst und diesen Anspruch, den du hast, das ist mega cool. Also, da ist, da kommt so eine Exzellenz durch, was richtig cool ist. Danke, danke. I appreciate it. Sehr cool. Thomas, mal eine andere Frage. Bist du happy? Ja, doch. Also, heute, wenn wir hier gerade sitzen und ich dich so sehe und dir in die Augen schaue, kann ich dir mit, mit dem Lächeln auf dem Gesicht sagen, ich bin happy. Sehr schön. Ja, definitiv. Ich bin nicht immer happy, aber heute bin ich sehr happy. Ja. Und ich, bei mir merkt man das auch schnell, das ist krass. Also, auch in meinem Umfeld, wenn ich nicht happy bin, dann bin ich nicht so auf, ich tue trotzdem happy, sondern man merkt es mir wirklich an. Okay, okay, du versteckst es nicht. Nee, nee. Das ist eine ehrliche Haut dann. Ich glaube, ich kann es auch nicht gut verstecken. Ja, ja. Ich glaube, ich kann es verstecken, wenn ich unter Leuten bin, die ich überhaupt nicht kenne. Okay. Aber ich glaube, ich habe gelernt, bei Leuten, die mich wirklich gut kennen, das nicht verstecken zu müssen und deswegen. Nicht unbedingt verstellen zu müssen. Genau, ja. Also, klein im Business-Kontext, ich habe auch ein Fotoshooting mit 40 Fieber gemacht. Oh, okay. Letztes Jahr und da war ich super happy den ganzen Tag, aber ich war, ich war super fertig. Ja. Aber es ging halt nicht anders. Es war an dem Tag, man konnte es auch nicht verschieben. Es war ein Event, was fotografiert werden musste und es gab auch keinen Ersatz für die Zeit und ich, ja, genau. Was ist ein Moment, der dich immer wieder happy macht? Moment, der mich immer wieder happy macht. Für manche ist es Eis essen, für manche ist es die Sonne zu sehen. es gibt schon auch gutes Eis, es gibt schon auch. Die Sonne, es sind viele Dinge. Also, ich glaube, ich glaube, die Kunst ist ja nicht darin, jetzt nur happy zu sein, wenn du gerade rauskommst auf dem Bike, weil das ist eine easy happiness. oder rauskommst und im Line-Up bist und surfst und die Sonne scheint und die Wellen sind da oder du holst dir ein Eis oder du kommst nach Hause und machst dir Netflix an und setze dich auf die Couch mit einem Bier. Ich glaube, das ist diese einfache Happiness. Ja. Aber ich glaube, die Kunst ist es, ein Happiness zu gewinnen, wenn der Fernseher ausbleibt, wenn du nicht rausgehen kannst. Boah, wenn ich mal, wenn ich mal wirklich gelähmt wäre, zum Beispiel, würde ich es dann schaffen, glücklich zu sein und da würde ich gerne hinkommen. Also, ich würde gerne zu so einer Grundzufriedenheit kommen, dass auch wenn Stürme um mich toben, auch wenn vielleicht gerade kein Surf ist oder ich nicht Fahrrad fahren kann oder kein Eis da ist, trotzdem glücklich zu sein. Und ich bin dankbar, dass ich immer wieder solche Momente erlebt habe und dass ich immer wieder gemerkt habe, boah, indem ich mal rausgesumt habe, indem ich einfach mal wieder mich besonnen habe, auch so, okay, was ist denn, was ist denn mein Leben und worum geht es letztendlich und was macht mich wirklich glücklich, dass ich immer wieder geschafft habe, auch so eine wirklich tiefe Zufriedenheit und so ein tiefes Gefühl von happy zu sein gewonnen habe. Aber ich habe auch noch einen Weg zu gehen und deswegen freue ich mich darauf, alt zu werden. Vielleicht körperlich ist man nicht mehr fit und man schaut vielleicht nicht mehr so aus wie jetzt, aber ich glaube, dass ich mich darauf freue zu altern, weil ich weiß, dass ich vielleicht immer mehr und immer schneller dahin komme, um den Switch zu machen, zu sagen, okay, das lasse ich jetzt nicht, ich lasse mich nicht von der Situation jetzt beeinflussen oder von der Person oder dem, was gerade passiert oder dem vermeintlichen Berg, der vor mir ist, sondern das definiert nicht mein Glück und meine Zufriedenheit. Ja, ich glaube, je älter man wird und wenn man eben auf diesem Kurs unterwegs ist, lernt man hoffentlich zu reifen und reifer wäre in diesem Fall, glaube ich, zu lernen loszulassen, eben Glück nicht von externen Dingen abhängig zu machen, sondern dieses intrinsische, diese intrinsische Glückseligkeit zu finden, sage ich mal und in den meisten Fällen ist das etwas, was erst in der Summe sich zeigt und nicht eben nur in einem kurzen Moment oder wenn du dir sozusagen die Spritze gibst, genauso und es baut sich auf, es ist etwas Langfristiges, es ist, wo du Zeit mit investiert hast, Ressourcen und so weiter und so fort und was aber dann nachhaltig dich erfüllt und ja, deswegen glaube ich, es ist ein guter Rat, guter Rat, sein Leben so auszurichten und ich glaube, wenn das dann der Fall ist, darfst du dich freuen, alt zu werden und erfahrener zu werden und das Leben immer wieder neu zu definieren dann. Definitiv, ja. Ich glaube, es ist die große Kunst des Lebens. Mein Freund Samuel Koch, der hatte so eine schwerelose Tour, wo er dieses Jahr in so einer Show versucht hat, einfach Anleitungen zu geben zum schwerelos Leben und der hat auch Geschichten aus seinem Leben erzählt und der hat natürlich auch eine krasse Vergangenheit, weil er im Rollstuhl gelandet ist und weil er ganz viele Dinge einfach nicht mehr machen kann und wirklich auch physisch gehindert ist an vielen Dingen, aber er hat auch viele Momente erzählt, wo er einfach so in den größten schwierigen Momenten überhaupt, auch absurde Momente, so eine intrinsische Zufriedenheit, so eine kindliche Zufriedenheit bekommen hat und ich glaube, wenn wir das schaffen, so das Kindliche wieder in uns auch zu finden irgendwie, so okay, es ist gerade irgendwie dumm, dann sing doch einfach so. Also das auch zu fördern vielleicht in dir. Tust du das? Ja, manchmal mache ich das. Was ist der letzte Moment gewesen bei dir? Dass ich gesungen habe? Dass du aktiv kindlich geworden bist. Ach so, ja doch, das mache ich schon manchmal. Einfach singen? Ja, oder einfach mal dumm tanzen oder so. Weißt du? Oder sich nicht zu ernst nehmen. Nicht mal einfach spontan, einfach mal irgendwie was Dummes machen oder was das vielleicht keinen Sinn macht. Ich hatte mal eine Zeit, wo ich einfach in so Momenten, wo ich den Gedanken hatte, einfach an irgendeiner Station aus der U-Bahn ausgestiegen bin und dann gesagt habe, okay, ich muss jetzt irgendwie anders nach Hause kommen. Das hatte ich mal einfach, um ein bisschen zu brechen mit so alten Wegen und Gewohnheiten und so. Das habe ich jetzt schon länger nicht mehr, muss ich mal wieder machen eigentlich. Aber einfach mal vielleicht andere Dinge auch mal wieder zu machen. Und weil ich glaube, Kinder denken viel weniger nach. Kinder machen einfach manchmal. Und manchmal wird es uns gut tun, ein bisschen mehr das Kindliche in uns wieder zu finden. Und auch, wir machen so viele Sorgen um den nächsten Tag. Und genau, wenn du ein Kind bist, dann, du weißt es, deine Eltern morgen Essen für dich im Frühstück haben. Und du musst dir darum keine Sorgen machen. Wobei du weißt es nicht, aber es kommt einfach. Und du machst dir auch keine Sorgen und keine Gedanken diesbezüglich. Genau, genau. Du machst dir auch keine Gedanken. Ja, ja. Ja, krass. Und da hinzukommen, das wäre natürlich ein Traum. Ja, krass. Würdest du sagen, ist das ein Ding in deinem Leben, woran du gerade auch arbeitest, aktiv? Weil du sagst, hey, das ist, was ich bemerkt habe bei mir. Oder war das jetzt einfach nur jetzt Teil von dem Glücksgespräch? Und wenn ja, im Sinne von, dass es einfach nur Teil des Gesprächs war, gibt es etwas, wo du sagst, das ist gerade eine Baustelle, an der arbeite ich. Und hier sehe ich auch schon Fortschritte seit den letzten Jahren. Also ich glaube, eine Baustelle ist auf jeden Fall, dass ich, wo ich schon gesagt habe, Thema Schwermut, also in so Momenten, wo ich merke, okay, da irgendwie überkommt mich eine Traurigkeit und eine Last, was ich in solchen Momenten mache. Und das zu erkennen, um mich nicht davon beeinflussen zu lassen, sondern das zu identifizieren, zu sagen, okay, ja, das ist einfach so und ich spüre das jetzt gerade, aber ich will mich jetzt nicht davon beeinflussen lassen. Ich glaube, das ist so eine Baustelle zum Beispiel, wo ich merke, dass ich da Fortschritte mache. Ich habe auch ein unglaublich krasses Buch gelesen, das heißt Vom Sinn der Schwermut von Romano Gordini, dem letzten großen Religionsphilosoph in Deutschland, der auch hier in München war. Und dieses Buch hat mir auch nochmal die Augen geöffnet und gezeigt, okay, das, was ich durchlebe, das, was ich fühle, diese krassen Emotionen und diese Schwere, ist nichts, was nur ich spüre, weil das denkt man oft als schwermütige Person, sondern das haben ganz viele andere auch schon durchlebt und es gibt ganz viele Menschen auf diesem Planeten, die das so spüren. Und allein das hilft dir schon, aus diesem Denken herauszukommen, ah, das bin nur ich oder ich bin was anderes, ich bin was Besonderes oder ich bin alleine, genau, sondern zu checken, hey, nee, das ist was, was viele Menschen auch schon erlebt haben. Und ich glaube, auch ein Frust, den viele Menschen haben, einfach weil sie merken, hey, da ist, eigentlich ist ein Anspruch nach Schönheit und nach Perfektion da, aber wir leben in einer Welt, wo es nie eine komplette Perfektion geben wird und wo alles Schöne irgendwie da ist und wieder weg ist. Wenn man sich eine Blüte anschaut, ich habe so einen Kaktus bei mir im Zimmer, der hat jetzt jahrelang gar nichts gemacht und jetzt dieses Jahr hat er entschieden, zweimal zu blühen und das ist so eine Blüte, die am Morgen aufgeht und am Nachmittag schon wieder weg ist. Krass. Aber die schönste Blüte, so eine Blüte, Blüte habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Und da habe ich auch wieder gemerkt, okay, es gibt diese Schönheit, aber diese Schönheit ist ja leider auch so vergänglich und so schnell wieder weg. Ja. Und ich glaube, das ist das, was wir auch auf dieser Welt oft erleben, so, dass, so, ja, einfach, glaube ich, auch mit dem Tod, wo wir wissen, okay, es gibt einfach ein Ende, auch von uns gibt es ein Ende und es gibt auch ein Ende von der Schönheit und sich nicht davon überwältigen zu lassen, überrennen zu lassen, sondern trotzdem auf der Suche zu bleiben nach der Schönheit und auch zu wissen, okay, es gibt trotzdem eine Perfektion. Und auch wenn ich sie nicht erlebe, aber vielleicht irgendwann anders. Ja, ich glaube, das ist ein super spannender Gedankengang, weil am Ende des Tages, glaube ich, das, was vergänglich ist oder wenn etwas vergänglich ist, das nimmt ja dann nicht den Wert oder es mindert ja dann nicht den Wert dieser Sache, sondern jetzt zum Beispiel das Leben oder die Kunst, ja, Mensch zu sein, gewinnt an Wert, weil sie irgendwo begrenzt ist, weil sie in Anführungsstrichen ein Ablaufdatum hat und jetzt eben nicht zu sagen, ja, dann ist alles für die Katz, sondern ganz im Gegenteil zu sagen, wow, dann lohnt es sich ja umso mehr, das richtig auszukosten. So wirklich jeden Moment zu genießen und die Schönheit darin zu entdecken, dass es vergänglich ist und nicht im Gegenteil zu sagen, oh, es ist vergänglich und deswegen ist alles Blödsinn. Ja, das ist ein cooler Gedanke, sondern auch diese Vergänglichkeit vielleicht auch, es diese wahrzunehmen und anzunehmen und auch zu sagen, okay, vielleicht es gibt eine Vergänglichkeit, aber vielleicht ist das genau das Gute daran, weil man dadurch auch ganz anderen Fokus hat und ganz andere Dinge sieht, die man nicht sehen würde, wenn es keine Vergänglichkeit gäbe. Und dadurch feiert man diese Momente ja viel mehr, wo so Momente da sind, wo das Leben komplett sprüht und alles ist gut und so. Interessantes Konzept, oder? Ja, voll. Schon krass. Aber wie würdest du das sehen? Spürst du das auch? Also würdest du dich einstufen, als jemand, der das auch schon gespürt hat, so eine Schwermut oder so eine Schwere über die Welt oder so eine Frustration manchmal über Dinge? Ja, zu 100 Prozent. Also absolut. Ich glaube auch, das, was ich eingeschlagen habe als so mein Weg, als mein Werdegang, ist doch immer wieder mit dieser Thematik in Verbindung, dass ich sage, hey, da ist was nicht richtig in dieser Welt. Da gibt es Dinge, die müssen korrigiert werden und vielleicht bin ich nicht die ganzheitliche Lösung dafür, aber ich will meinen Beitrag dazu leisten. Und es kommt eben meistens aber aus dieser Not heraus, aus dieser Frust heraus, dass man dann sagt, okay, irgendwie, ich kann jetzt nicht sitzen bleiben und einfach nur zuschauen, wie die Welt vor die Hunde geht, sondern ich glaube, dass es einen Grund gibt, warum ich das so fühle und so verspüre und dass es auch richtig ist, dass ich bewegt bin davon und dass es mich nicht kalt lässt und gleichzeitig jetzt eben zu navigieren zu diesem Punkt, was ist denn aber jetzt mein Beitrag? Wie kann ich denn einen Unterschied zu machen, ohne größenwahnsinnig zu werden einerseits und andererseits komplett apathisch und mir ist alles egal, weil ich kann ja sowieso nichts machen als kleiner Mensch, sondern ich glaube, da diese gesunde Mitte zu finden oder ich sage mal den Sweet Spot zu finden von wer bin ich, was ist meine Begabung? Was glaube ich ist die Bestimmung in und über meinem Leben? Und dann eben das umzumünzen in etwas Positives und zu sagen, okay, die Schwermut, die Frust, die Not, die ich verspüre, das Leid, was ich erlebe oder wo ich empathisch was mittrage, dass ich sage, hm, maybe gibt es einen Ausweg, maybe bin ich Teil der Lösung und nicht nur Teil des Problems, sondern, ja, aber ja, ich verspüre das auch und bin weiter am herausfinden, denke aber, dass ich immer dem näher komme und es geht auch nicht darum, unbedingt ein Ziel jetzt zu erreichen, was das angeht, sondern eher sensibel zu sein, sensibel zu sein für diesen Pfad, der, glaube ich, gezeichnet ist für uns alle, der sieht individuell anders aus, aber wo wir so ein bisschen auf uns, oder uns auf ein Abenteuer einlassen dürfen, um herauszufinden, wie das denn aussehen kann für einen selbst und dann eben für die Menschen um einen herum, so, ne, cool, ne, coole Gedanken auch, also, und auch spannend, dass du das auch so spürst, also, dass du auch spürst, dass du am liebsten Teil der Lösung sein willst, so, noch nicht genau weißt, was denn die Lösung eigentlich ist, und das merkt man dir auch an, dass du auch, dass da auch irgendwie ein bigger Picture ist bei dir und auch mit dem, mit dem Podcast nehme ich an, dass du auch dann, oder das weiß ich, dass du da auch ein bigger Picture hast und das finde ich cool, also, ich glaube, wir sind da, wir sind da, was diese Gedankengänge angeht, dass wir einfach unser Bestes geben wollen und auch schauen wollen, okay, was sind vielleicht, was sind vielleicht Wege, wie wir, wie du gesagt hast, ein Teil der Lösung zu sein und nicht ein Teil des Problems, ja, wie wir da irgendwie damit arbeiten können und ja, lass uns da weitermachen, so. Voll, voll. Spannend. Die Reise hat erst begonnen, oder? Sehr cool. Okay, ich glaube, es ist ein bisschen Zeit schon vergangen. Ich habe so eine Tradition in diesem Podcast, wo der vorherige Gast dem nächsten Gast eine Frage stellen darf und die Frage an dich lautet folgendermaßen, was ist dein Wunsch für dich selber, um in Zukunft noch besser mit dir selbst umzugehen? Haben wir, glaube ich, schon viel mit angesprochen, aber vielleicht hast du noch mal eine Nuance. Was ist der Wunsch für mich, um selbst besser mit mir in der Zukunft umzugehen? Ich glaube, der Wunsch für mich ist, dass ich weniger im Morgen lebe oder in den Dingen, die sein könnten und mehr im Tag tatsächlich lebe und mehr check, okay, genau, mehr check, okay, die Aufgaben, die dieser Tag hat, die sind genug und lass mich erst mal damit klarkommen und nicht an morgen denken. Ich glaube, dass ich manchmal mit zu vielen Gedanken und Sorgen auch mache um den Tag morgen und dabei manchmal vergesse, okay, im Voll und Ganz, im Hier und Jetzt auch zu sein. Und das ist eine Sache, wo ich mich drauf freue, auch in den nächsten Jahren, wo ich weiß, dass ich da, je mehr Zeit vergeht, wahrscheinlich auch immer mehr da hinkommen werde, zu checken, okay, der Tag morgen, der ist morgen und heute ist heute und dadurch freier zu werden auch in dem, was ich mache vielleicht, gleichzeitig aber nicht ohne Perspektive zu laufen, also mit Visionen und mit Träumen. Das heißt, die positiven Szenarien, sich auf morgen zu freuen, weil viel möglich ist, aber nicht aus einer Angst heraus, was morgen sein könnte, heute schlecht drauf zu sein. Mehr vom Potenzial herzudenken als von der Begrenzung oder vielleicht dem Risiko her. Ja, ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Sehr, sehr schön. Ja, dann Thomas, bleibt mir nichts anderes übrig, als Danke zu sagen für dieses Gespräch. Danke dir, Sonne. Für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, tief einblicken zu dürfen in dein Leben, in deine Gedankenwelt, in die Dinge, die dir nahe liegen und ja, ich bin wirklich persönlich gespannt auf alles, was noch kommen wird. August 2024, ich fieber drauf hin. Ja, das ist sie. ja, freue mich wirklich für dich ganz persönlich, die Schritte, die du jetzt privat auch hast mit Ehe und Hochzeit und diese ganzen Kapitel, die da jetzt sich anbahnen und aufgehen werden für dein Leben. Ich glaube, das wird eine extreme Bereicherung für dich sein und es wird dich in neue Ebenen hineinbringen, die du vielleicht bisher noch nicht verstehen kannst, weil du noch nicht drin bist, aber dann sie vollkommen ausleben wirst. Ja, cool. Und ich bin zuversichtlich, dass du das gut tun wirst und ja, da sehr, sehr gut navigieren wirst dadurch. Ja, ich freue mich drauf und ja, wenn man mehr von dir erfahren möchte, du hast eine Website, die wird auch verlinkt, Instagram, was gibt es noch von dir? TikTok, glaube ich. TikTok sind nur so schmalen Videos, aber ja, feel free. Okay, okay. Aber ja, genau, ich glaube, wahrscheinlich Instagram, da ist am meisten, glaube ich, von meiner Arbeit zu sehen, tatsächlich. Ja, auch an dieser Stelle Sonnen, danke, dass ich da sein konnte und dass du mich eingeladen hast. Ich, keine Ahnung, ich muss ehrlich sagen, hoffentlich war was dabei, was inspirierend war, hoffentlich, vielleicht muss es gar nicht inspirierend gewesen sein, aber hoffentlich hat sich irgendwas bewegt. Ich glaube, das würde mich freuen, wenn da vielleicht irgendwelche Gedanken waren, die was bewegt haben, dann ist cool. Aber ja, du... Zu 100 Prozent, ich versichere es dir. Du weißt es besser als ich wahrscheinlich und deswegen vielen Dank dir, dass ich dabei sein konnte und auch für deine Ehrlichkeit, für deine krassen Fragen, sehr tief, erstaunlich tief, aber ja. Danke, danke. Ja, also, was bleibt mir übrig? Leute, hört rein. Ich glaube, das lohnt sich, das lohnt sich. Wobei, jetzt haben sie ja schon reingehört, ne? Jetzt ist ja schon vorbei. Aber du kannst es als Teaser verwenden. Ich kann es als Teaser verwenden, naja. Okay. Also Thomas, vielen, vielen Dank nochmal und yes, that's it. Bis zum nächsten Mal.